So ein, ah, lass mal sein Döner, wirklich, international, Imbiss und Getränke. Also, fangen wir noch von vorne an. Die wird gleich überfahren, die Frau, Alter. Britz Süd. Okay, erster Biss war jetzt nur Brot. Also guck mal, ich glaube hier oben ist gefühlt erstmal, wenn ich nur hier abbeißen würde, nur Brot. Und nächster Biss auch Brot. Für die Leute unter euch, die gerne Soßenbrot essen, könnt ihr den Döner euch gönnen. Habt ihr Soßenbrot und Döner in einem. Er ist ein Chicken-Döner, kein Chicken-Gemüse-Döner. Also er hat nicht dieses frittierte Gemüse drin, wie man so kennt, sondern einfach nur Chicken-Fleisch, Gurke, Tomate, Eisbergsalat und Zwiebeln. Scharfe Soße, Knoblauchsoße. Also wirklich der erste Eindruck von außen ist schon so ein Döner, weißt du, so ein... Ich spuck da gleich auf meinen Döner drauf, Alter. Abolockenkopf. Aber so ist der gar nicht. Ganz ehrlich, so schlimm ist, so schlimm, wie er aussieht, ist der gar nicht. Aber er ist auch nicht geil. Also wie gesagt, das Brot ist ganz nice, das Fleisch ist diskutabel. Nur eine 4,2 von 10. Haut rein.